Am Donnerstag ist es soweit das neue EU-Budget. Das wird in Brüssel diskutiert und am Mittwoch, da wird auch der Nationalrat darüber tagen. Die FPÖ, die hat eine Pressekonferenz gegeben. Kein Cent mehr, sagt deren Klubobmann Herbert Kickl. Er möchte dem Bundeskanzler noch etwas mit ins Gepäck geben, denn die FPÖ wird auch einen Antrag stellen, dass es zu einem Veto kommt gegen eine Erhöhung des EU-Budgets, des EU-Netto-Beitrags, nämlich von Österreich. Herbert Kickl selbst, der ortet auch Uneinigkeit innerhalb der österreichischen Bundesregierung, vor allem bei der ÖVP, sieht er doch die Position von Ottmar Karras kritisch, der ja gemeint hat, Österreich wäre jetzt kein reiner Nettozahler. Und zudem hat Herbert Kickl auch bei der Pressekonferenz heute verkündet, dass er die Strafanzeige gegen Werner Faymann und auch gegen Johanna Mikl-Leitner aus dem Jahr 2015 wiederholen wird, nämlich wegen Amtsmissbrauchs. Wir alle erinnern uns, damals in der Flüchtlingskrise hat die FPÖ schon damals eine Strafanzeige gestellt, wegen Unterlassung des Vollzugs des Fremdenpolizeigesetzes, wie Kickl auch ausgeführt hat. Und diesmal will man gegen den ehemaligen Bundeskanzler Faymann und die ehemalige Innenministerin Mikl-Leitner das Ganze wiederholen und auch einige Mitarbeiter der ÖBB, die sich aus Sicht der FPÖ hier strafbar gemacht haben, soll diese Anzeige weitergehen. Wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht und mit diesen Informationen wieder zurück ins Studio.